Brigitte Nielsen, die größte Frau in Falkos Leben. Sein Verhältnis zu ihr, Body Next to Body. Über sein Duett mit der imposanten Plonine sagt er, mit ihr wollte ich nie in die Hitparade, mit ihr wollte ich nur ins Bett. Falko und die Frauen. Ein Kapitel für sich. Es war harter Spaß, manchmal harte Arbeit, manchmal lustig, interessant. Das ganze Spektrum der Gefühle.